Heute nehmen wir euch mit durch unsere Woche bzw. wollen euch zeigen, welche Kleinigkeiten in dieser Woche passiert sind. Zum einen haben wir oder hat Ilan unsere Palettentreppe vor dem Haus fertiggestellt, dass keiner mehr durchfällt. Dann haben wir noch unser Schuhregal weiter bearbeitet. Auch da wollen wir euch den aktuellen Stand zeigen. Und je nachdem, wie weit wir noch kommen, möchten wir noch eine Lösung schaffen für unsere Gläser und Tassen, die sich bisher in dieser, wenn auch wunderschönen Box befinden auf der Arbeitsfläche. Wir möchten das Ganze umgestalten in Form eines kleinen Tassenregals. Mal schauen, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Jetzt zeigt euch Ilan aber erstmal unsere Treppe. Ich stehe jetzt hier auf unserer neuen Treppe. Die Paletten hatten wir ja schon eine ganze Weile vorbereitet bzw. hier so aufgebaut. Jetzt ist sie aber verschraubt und wir haben jetzt die Lücken mal geschlossen. Es ist übrigens schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche war das für mich persönlich sehr, sehr wichtig und ein großes Anliegen. Komm mal runter, Winsel. Komm, zeig mal. Zeig mal, wie du runtergehst. Winsel ist es nämlich immer hängen geblieben. Ja, komm. Super. Er ist hier immer hängen geblieben, ne? In den Zwischenräumen. Und die haben wir jetzt quasi mit einer Palette auch, auch einer weiteren Palette geschlossen, bzw. die habe ich dann auseinander gepflückt. Das war ganz schön viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Und möchte ich jetzt auch nicht zeitnah wiederholen. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber das Ergebnis zu sehen, das macht natürlich immer Spaß. Dann habe ich sie am Schluss auch noch ein bisschen angeschliffen, damit wir uns keine Splitter einfangen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt ist sie auch richtig verschraubt. Das heißt, sie haut zumindest auch nicht mehr ab und kippt auch nicht mehr so. Also, ich bin ganz zufrieden. Seitdem die Treppe fertig ist, liegt er ganz gerne hier. Jetzt rutscht er ja auch nicht mehr durch. Und ist heute schön warm. Schon echt ein tolles Material, ne? So, guck mal. Hier haben wir noch Platz. Super, danke. Als nächstes zeige ich euch, was noch passiert ist mit dem Schuhregal. Da zeige ich euch mal einen... Ah. Holst du eins vor? Ich hole eins vor. Wo sich das Licht so verändern. Nee, nee, musst du nicht. So sieht das jetzt aus, wenn es grundiert ist. Das ist auch diese Woche passiert. Das heißt, ich habe es nochmal angeschliffen. Habe nochmal die Kanten so ein bisschen abgerundet. Das ist die grundierte Seite. Und die ist deutlich dunkler. Ich weiß nicht jetzt, ob man das erkennt. Gerade im Vergleich zur Innenseite. Die habe ich nämlich nicht grundiert. Hier. Hier ist ein bisschen was rübergegangen. Aber ja. Weil die sieht man sowieso nicht. Da habe ich mir das noch erspart. Ist auch eigentlich ganz gut durchgetrocknet. So, und dann habe ich überall natürlich jetzt den Boden eingebaut. So, wie ich das auch gedacht hatte. Und das sind dann die Bereiche, die wir verschrauben mit dem Ständerwerk. Also mit den Ständerwerksbalken. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Raum, wie das aussieht. Und zwar mache ich mal hier Licht. Ich gucke mal gerade, ob ich das vom Licht hinkriege. Oh nein. Es ist noch recht dunkel. Es flackert immer so hier im Bad. Ja, ja. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir eigentlich hier auch noch ein Dekor verkleben wollen. Und zwar das, welches sich hier auch hinter unserem Spülbecken befindet. Das finden wir optisch sehr schön. Wird aber wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, weil wir zur Zeit auch mit dem Autothema auch genügend Ausgaben haben. Und wir möchten uns das Geld dann erstmal zusammensparen, ehrlich gesagt. Bis dahin funktioniert es aber auch ganz gut. Ich zeige euch das mal. Obwohl es noch nicht festgeschraubt ist. Es ist noch nicht mal festgeschraubt. Es hält halt hier im Zwischenbereich. Es kann halt nicht abhauen, nach unten hin. Das ist ziemlich genau bemessen. So, so hält es jetzt zumindest schon mal unsere Schuhe. Auch hier der Fahdemantel, das hält auch alles von alleine quasi. Als nächstes baue ich uns jetzt mal hier dieses Regal, welches wir ja für die Tassen vorgesehen hatten. Damit die auch ihren Platz finden. Ja, gucken wir mal wie schön das wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wow, ich bin so cool, du hast aus wie ein Häschen, hast du gerade dein Hasenohr? Ich versuche die Rundung ein bisschen schöner zu machen, ich bin nicht so gut angezeichnet. Zwischenstand für heute, wir finden den Anfang schon gar nicht so schlecht, wir haben natürlich ein paar Dinge wie immer nicht bedacht. Also das ist erstmal unser Grundgerüst von Tassen-slash-Glasaufbewahrung. Wir wollen hier auf jeden Fall noch irgendeine Form von Häkchen anbringen, dass wir die Tassen einhängen, ob jetzt so rum, so rum oder so rum, wissen wir noch nicht genau. Gläser könnte man dann oben schön drauf stellen. Ilan kam dann auf die coole Idee, anstatt vieler Schrauben und vor allem sichtbarer Schrauben zu benutzen, hier mit einem Querstreben zu arbeiten, der auch gleichzeitig in der Mitte, dadurch dass das Regal relativ hoch ist, auch das ganze Konstrukt aussteift. Die Idee war total cool, bis uns dann aufgefallen ist, dass sich dahinter ja noch die Steckdosen als auch die Steuerung für unsere dezentrale Wohnraumlüftung befinden und wir entweder jetzt dafür einen neuen Platz finden müssen oder das Ganze nochmal überdenken. Es ist noch nichts verschraubt, wir wollten das jetzt einfach mal so sehen und gucken, wie würde das funktionieren, wie viele Tassen passen drunter, wollen wir noch was optimieren, korrigieren und dann wird am Ende auch hier das Regalbrett und alles verschraubt oder verdübelt, weil wir wie gesagt von oben auch keine Schrauben sehen wollen. Vom Grundsatz gefällt uns das aber ganz gut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendeine Idee habt, was man anstatt diesen Querstreben noch anbringen kann, um das ganze auszusteifen, die Steckdosen wieder zugänglich zu haben und aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit zu schaffen, Häkchen zu verschrauben an der Platte oder eine andere Befestigungsmöglichkeit, vielleicht auch eine Stange, die hier durchgeht, das fanden wir auch ganz cool von der Idee, um dann eben die Tassen einzuhängen. Da möchten wir auch ganz schnell mit dem Lappen drüber wischen können, ohne immer alles hochheben zu müssen. Hier oben stürzt uns weniger, vielleicht werden hier dann längerfristig auch doch nochmal zwei, drei Gewürze landen. Wir werden sehen. Das war es aber für heute, für den heutigen Zwischenstand. Wie immer, wenn es bei den Projekten weitergeht, zeigen wir euch das dann Stück für Stück, wie das dann aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss! ARD Text im Auftrag von Funk